Ich wollte doch noch was bauen. Ah hier, Wundverbände, Leder und Aloeblätter. Oh, das ist doch endlich mal lohnt es sich das Zeug zu, hm? Die gibt es ja hier in Massen. Ich habe hier noch in meiner Kiste ganz viel. Echt? Ja, in der mittleren. Also denke ich zumindest, dass sie nicht alle weggeschmissen haben, aber... Ich guck mal kurz rein. Nicht würde ich mir mal ein paar entwenden. Jo. Achso, ich hoffe, dass es jetzt gequatscht hat. 108 Stück. Ja. Dann nehme ich mir mal 30. Nehm. Nehm. Mal tankt. Ja. 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 Vielen Dank. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich ja hier Friendly Fire abstellen, dass wir uns nicht gegenseitig verletzen können. Jetzt kommt der hier wieder derbe weg. Gut, die Kristalle sind schon wieder nachgesporned. Echt? Krass. Schöne Sache. Ja. Schöne Sache. Schöne Sache. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 haben sie schon eine kristalle ich würde sagen wenn es dann hell wird wieder können wir dann uns mal ins tümmel setzen und ein paar schädelspalten ja das ist gut unfrieden wir sind störenfriede so cool Da brauchte ich das glaube ich dafür. Oh ja schmilzt da schon Glas. Die große Glasschmelze hat begonnen. Glasbläser, Martin. Du bist bescheid. Ich bin gespannt wie die Bandagen funktionieren. Ob das gut geht? Es muss besser sein als dieses Essen. Auf jeden Fall. Mhm. 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 So. Oh ey krass. Eigentlich dachte ich ich kann bloß 8 herstellen oder so. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder mal 2 oder sowas. Hier oder 18. Ja 20 also. Hm. Oder ich dachte ich kann 10 herstellen und krieg 20. Mhm. 24 kann ich sogar. Du kannst es wahrscheinlich echt Fenster bauen wenn du hier Glas hast. Mhm. Oh das schlagen sie wieder kaputt. Ja da steht noch eine Beschreibung drin. Zumindest. Oh. Es wird hell. Es hat ja noch ein Aufbruch. Ja schnell die Rüstung an. Und dann los gehts. Was? Noch mal kurz. Mhm. Es ist schnell reparieren. Damit wir auch ordentlich vorbereitet in den Krieg ziehen können. Ich bräuchte richtiges Fleisch weil... Na gut. Es ist ja jetzt nur zum Essen. Das andere war ja sonst immer zum Regenerieren. Ja. Ähm. Lützung 34. EVP 448. Sehr blöd Ogschle. Guck mal, da muss ich vielleicht zur anderen Schuhe machen. Die Schnelle. Das Rüstungsbauzeug, das ist so unübersichtlich, finde ich. Ja, weil das, was du brauchst, ist drunter unter dem, was du eigentlich bauen möchtest. Dieses Futter oder sowas. Ja, aber auch nicht immer, ja. Ne, eigentlich doch schon, glaube ich. Ich wähle jetzt Schuhe. Mittleres Stilfutter, okay. Ne, mittelschweres, meine ich. Achso, ne, okay, das passt schon, so. Ach, brauchst du zwei analogisch? Ja, stimmt. Macht Sinn. Ja, stimmt. Du hast ja zwei Schuhe. Ja. Wo ist das schmiedige Seller? Der ist sofort fertig. Wartest du noch 10 Sekunden? Dann geht's los. Ich bin in deiner Hütte, ich seh dich gerade. Ach, da. Ja, ich seh sie auch noch mal. Na ja, sieht doch schon gut aus. Da kommt noch Stiefel dazu. Schöne Schnürstiefel. Mit Absatz. Okay. Klick, klack. So, warte kurz. Da guckt er. Mit so einen blauen Augen. Mit so einen blauen Augen. Mit so einen blauen Augen. Ein paar schöne Träder. Gucken mal. Okay, die hab ich auch. Da ist auch echt gelähnt, ne? Wo gleich? Zu mir. Ich bin schon wieder überlastet. Habe ich was wieder genommen? Ich bin doch leer. Komm raus, zeig dich. Du Wingsling. Na los. Na, musst du mal gerade hinstellen. Musst mal auf X drücken. Achso. Ja, gut. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Und du stehst auf 10 Spitzen. Gib's zu. Komm mal hin, los. Aufkauf. Machen wir um das Dom. Das Dorfblatt. Ja. Mal schnell eine Fliege rein. Zwitschern. Ja, genau. Ich nehm ja. Die Bären sind besser als die Fliegen. Du isst Bären. Was für Bären? Ja. Ne, die Wüstenbären. Achso. Ich weiß gar nicht wo meine Hinsen sind. Ich hatte mal welche und weg sind sie. Vergammelt. Wahrscheinlich. Nimm's mit. Oh, ich hab's totgeschlagen. Ja. Du Mörder. Das wollte ich nicht. Das war ein Baby. Ich wollte ihm bloß eine geben. Für unterwegs. Hm. Tja. Passiert. Hattoria hat sogar danach. Ja. Ja. Okay. Warte, ich bissen. Bissen. Oh, nee. Oh, nee. Der hat pariert. Oh. Der wird gemetzelt und gefeuchelt. Oh, Mann. Mit dem anderen Schwert war ich irgendwie besser unterwegs. Oh, das ist natürlich... Wo das hinhaut und da wächst so schnell kein Gras mehr. Was ist denn das? Öl. Oh, ich hab Öl von dem Typen gekriegt. Die Suppe zieh ich mir mal rein. Ob ich mal ne Bandage benutze. Bandage im Kampf nicht möglich. Ich bin doch nicht im Kampf, alter. Alter, was für ein Schwachsinn. Oh, der hat Fleisch mit. Geil. Das brauch ich. Wozu dann, wenn ich im Kampf... Achso, wahrscheinlich weil ich das Schwert in der Hand hab. Oder? Jetzt hab ich natürlich gleich zwei verbraucht. Warum auch immer. Und das wie jetzt, das war es wohl. Okay, das sind noch zwei. Ne, ich meine eher mit der Bandage. Achso. Da hat er kurz gewickelt und stieg. Oh, da ist ein Kokenschützer. Oh, da ist ein Kokenschützer. Oh, da ist ein Kokenschützer. Ja. Und da ist auch einer mit fetter Rüstung. Warte. Achso. Oh, die ist schnell. Oh nein, ich blute. Weg. 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 Rette deinen armen Seele aber. Weg. 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 Boah, alter. Die macht Kleinholzer aus mir. Oh, was ist das mit dem Auto? Ah, was ist das mit dem Auto? Oh, was ist das mit dem Auto? überleben scheiße ich habe gerade auch schon gemacht scheiße du musst achten wo ist die blöde kuh die schließt auch nicht weg weggekommen ich hatte eine püppi und level 3 was ist in ihr heilung beendet aber macht überhaupt nichts jetzt ich habe ja hoffen bandagen verbraucht naja dann kommen schnell ran die rand hier damit ich die ablenken kann und du kannst dich einsammeln dein armseliges häufchen also die bandagen sind echter scheiße erst mal darfst du sie nicht im fressen und dann ok direkt ein bisschen schneller aber nicht mehr als wenn ich hier eine mate esse es ist ja ein bisschen witz ich muss zu dir wo liegst du ich komme jetzt gerade ich bin doch so lange die kiste da hinten da ich glaube in der inzüsten schritten mein blöde kuh alter wehrlosen wehrlosen schießen die schießen mich zusammen da schießt denn hier alles auf mich schnell weg hast du dich eingesammelt ja da steht er ja ja quietsch vergnügt ich muss meine schnelltasten belegen kurz das ist immer doof ja dass ich es immer neu machen muss ey das ist nervig ja die kleinen taschen sind der letzte rotz ey wenn du dich bewegst hör da glaube ich auf dich zu heilen ähm schild und das andere schwert hat mir besser gefallen hat irgendwie bin ich besser klar gekommen aber das macht natürlich ordentlich schaden aber man muss das beherrschen die haben uns ganz schön eingeheizt da oben ja ein bisschen Mist ich hätte es ja mitnehmen können das andere schild und schwert ja 20 punkte machen 20 hp machen die wüstenbären echt ja 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 ich sie und ich tue ja ich habe auch aus studio mit so einer Kokubie was schießt denn da schon lieber ach da einmal so jetzt okay ach die hat einen Buchen dabei, sehr schön ey, der hat mich getroffen wie auch den Schädel eingeschlagen hat hä, nichts drin an dieser Drecksruhe die wollen mich doch verarschen, dafür bringe ich sie alle um kriegst den? klar muss er hin weg ist Bohren einfach hinter dir ja geht auch so, scheiß Ficker warte, 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 warte soll ich denn? ne, ne, ne muss immer ein bisschen tänzern, damit er dich nicht trifft so, jetzt hat er aus die Burg geschätzt besser und ne Silbermünzer damit okay keine Sau kann was damit anfangen, aber du hast sie erst mal erst mal haben, genau und der hat mich fassen so, ich hab hier noch zwei oh, der hat den seinen Helm will ich haben ja, wo? und ich bin an dem verzweifelt vorhin die sind alle sehr stark, alter ui da hat mich jetzt verstanden die sind die gegenseitig ui, ui die Pippi, alter Künstler ja, ja die ach, der hat diese blöde Kuh mit ihrem scheiß Dolchen oh nein ich muss weg die haben eine übergezogen aber vom feinsten Frack nicht nach Sonnenschein na da ist er doch das ist durfte wenn du den hinterher rennst du musst die echt von vorne ab sonst triffst du den nicht der holt außen und rennt weiter nein mich hat es da hingeracht nein naja, oder und da krieg ich mein Zeug gut wieder und schon steht da der Grabstein da oh ne, weg 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 alter ey, er hat blutende Wunde verdammt nochmal ich leg dich da und nehm dir ach so oh man scheiße warte, jetzt nehm ich mein anderes Schild in das Schwert da kriegen sie jetzt ihre Packung Bogen war vielleicht auch ganz gut mhm was hier nicht so nah ran muss bist du schon mal da auf dem Weg nach oben? ne, noch nicht ne, noch nicht ich geh schon mal und immer dieses mit dem halben Leben kommst du zurück, Alter das geht mir auch so was von auf den Sack, ey was? was hast du gesagt? ach so, du kannst ja auch links rum und dann hochklettern und musst du übrigens nicht rum, die beiden nicht mhm was ist das? so, ich hoffe die sind weg ich bin hier oben ich bin hier oben ich klettere gerade hier am Berg hoch ach so, ich dachte du warst das weil du vorhin auch seinen Helm hattest ne ok ich hab mich gewundert zieht der mir eine über, Alter ne ok, da war das der Typ da sind wir noch hinter mir her der Spinner den verarsche ich ich renne unten zurück Mann ok, ich glaube ich hab ihn abgeschüttet was? oh, da ist er da ist er ich glaube ich hab ihn abgeschüttet dachte ich aber scheißchen war's scheißchen war's ich kann mich nicht mehr heilen weil mein Zeug im Inventar liegt da ist er doch jetzt renne ich in deine Hütte und da kann er sich dort an der Tür auslassen so weit ist er da rannt ne, jetzt steht er da oben ich glaube jetzt hat er die Schnauze voll das war meiner jetzt hat er die Schnauze voll und jetzt ach so, ich muss mich erstmal ignorieren das dauert über ewig das dauert über ewig aber ohne Ricken kriege ich nicht tot weil da einmal zuschlägt da ist ordentlich Schicht im Schacht aber ich glaube mit dem Schwert und dem Schild bin ich besser unterwegs also geübt also geübt auf jeden Fall er hat mich entdeckt und so ein scheiß Krokodil natürlich auch noch muss ja sein du Spinner hier bin ich na warte wenn ich mich regeneriert habe dann kriegst du es vom feinsten blödes Krokodil blödes Krokodil nutzloses Getier hinter mir furchtelt er sich die Seele aus dem Leib hm hm hä? wo soll er hin? draufgegeben bloß ach da ist er ok Maestro na dann wollen wir mal mal galt naja ich mach die Pippe hier auch klar und ich schaffe die geile hm schade eigentlich um sie aber sie hat's ja nicht anders gewollt ja wenn sie alleine kämpft dann hat sie kein keinen Stich ja wahrscheinlich haben die irgendeine buff die sich gegenseit gegeben keine Ahnung ah der Typ so jetzt reinüber Schicht im Schacht Junge aber nichts ey so ein Rotz ich dachte ich krieg seine scheiß Rüstung gar nicht da nö der ekelhafte Mehlwurm ich komm auch zu dir bist du oben im Dorf ich hab's ein Stück weiter gleich runtergelogen hier liegen noch die Katarver los da steht doch schon wieder einer da steht doch schon wieder einer Oh, ich sehe nichts. Oh, ich habe Ausdauer weg. Boah, du hast doch nicht. Oh, er hat mir einen Krug. Feuerwasser. Ich zwei, zwei Stück, da können wir saufen. Da machen wir gleich nachher ein Gelager, wenn wir bei dir sind. Ja, ja. Fleischstreifen habe ich jetzt hier vertreiben. Okay. Ach, ich weiß gleich noch eine Siedlung da unten. Oh, ach, ich dachte, das warst du, Alter. Mensch, immer denke ich, du bist's. Nee, ich bin weit weg. Ach so. Also, ich bin da noch an der Wand geworden. Jetzt haben wir ins Ei getreten. Jetzt sind sie zu zweit, die Spimmer. Oh, der hat Namen. Hm? Alter. Alter, was ist das? Ui. Dein ist stark. Ich muss weg. Tschüss. Ich renne nach Hause. Wir können mich am Arsch lecken. Oh, der zieht aber Ausdauer ab, Alter. Wenn der mich trifft. Alter. Was ist das für ein Typ? Oh Mann, ich wollte das hier gar nicht mal versuchen. Oh, warte. Lass mich wenigstens mal ein bisschen heilen, Maestro. Dann kriegst du's. Oh, grub. Sehr schön. Hä? Sackgasse. Steine. Ja, das ist ein anderer Spinner. Oh, schade. Ich dachte, ich hätt's abgeschüttelt. Ne. Was hab ich auch? Drei Becherchen. Drei, oder? Da können wir ordentlich saugen. Können wir ordentlich saugen? Ja. Ja. Wir haben's uns verdient. Zu zweit. Oh, die haben sich regeneriert. Ich muss mal so Guerilla-Taktiken machen. Vorstürmen, zuschlagen, zurück. Ja, ja, ja. Wolltet der mich in die Eier treten? Glaubst du sowas? Ui. Perverslinger. Oh, was? Heilung beendet. Durchdrungen? Was? Hab ich ihn durchdrungen, oder er mich? Nein! Aua! Weg! Ich hab den aus der... Ey, Alter, ich häng am... Mein Leben hängt am Seifen, am Faden. Wahrscheinlich gerade um noch... 1% überlebt, oder so. Die Idioten. Ich lockse zu dir. Mann. Was ist jetzt geiler? Gräbel. Ein Gräbel. So, der eine... Ah, Mann, der eine ist wieder weg jetzt. Oh, jetzt... Bin ich gerade wirklich im Arsch. Bist du gerade da oben drauf? Nee. Ich bin kurz vor deiner Hütte. So. Was machst du denn tot? Oh, hier oben sitzt ich schon wieder. Oh, 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 oh. Na komm her, Flippi. Ja. Der eine ist im Arsch. Er hatte seine Uhr im Arsch. So, jetzt der andere, oder? Eigentlich schlachte ich keine Frauen auf. Bei der hab ich mal eine Ausnahme gemacht. Ja, ja, drauf. Weg das Zeug. So, und da ist der andere Spinner. Komm her, du stocksteifes. Gehopse mit deinem blödschen Hammer. Da jammert er rum und stöhnt und ächzt, alter. Oh. Alter. Oh. Jetzt hat er die große Fresse. Ach, wenn er dich trifft, alter, da ist er hoffentlich... Der hat hier so ein super Angriff oder sowas. So, alter, verpiss dich. Immer rein in die Fresse. Ey. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Und irgendwo im Inventar hab ich noch ein bisschen Fleisch. Was ist das? Aber ich glaube, er ist mir echt auf den Fersen. So schnell. Jetzt packt er wohl Pfeil und Bogen aus, die Feige Ratte. Oh, gut, da ist er. Ui. Ui. Keine Sekunde zu früh weggerollt. Unter mir hat der Hammer geschwungen, wie Tor. Blödschen ist kaputt hier. Okay. Das ist dumm. Cool. Geht's set. Jetzt muss ich mal gucken, wo da der Spinner hin ist. Er hat sich bestimmt wieder komplett regeneriert. Hab ich noch irgendwas zum Naschen? Ach, hier fliegen. Wo ist er hin? Ich guck mal wieder runter. Ach, er kloppt sich mit dem Krokodil rum. Sehr schön. Und reißt das Maul auf. Stellt er sich dämlich an bei dem scheiß Vieh. Bei mir wär's schon lange tot. Also kriegt er das Vieh mal tot. So ein Schwachkopf. Bei mir, weißt du, schlägt... Das Krokodil hat den Tod gemacht. Ach. Das willst du mich doch verarschen. Ey. Ist ein Witz, oder? Das Krokodil hat den Tod gemacht. Na, ist klar. Ist klar. Hat der Brandpfeil hier, oder? Hm. Das geht ab. Tatsache. Ja. Wo bist du? Um, auf dem Krokodil. Okay, ich komm mal hoch. Ich muss gerade hier ein bisschen... Fleucht und kreucht da noch was? Ja, zwei... Drei Popenschütze. Das werden immer mehr. Die kommen... Ich glaub, die werden noch mal stärker, oder? Ja, ich muss es auch erstmal weg. Das wird mir zu viel. Ja, klatschen schon die Pfeile auf der Erde. Was war denn das? Was hier war was über mich drüber gesprungen? Wo denn nur? Ach so, da. Er aus allen Ecken und Enden. Ja. Ach, hier ist... Ach, hier ist es auch endlich, wie du den Scheiß schild benutzt. Ich drücke mal rechte Maustaste und wundere mich, warum der das schild nicht benutzt. Ach so, man muss aufsteuern. Ja. Aber ich mach's nie so gut wie... Ey, wenn du... Du kannst nicht mal das Schild zur Deckung nennen, wenn du keine Ausdauer hast. Das ist ja voll easy, alter. Du nimmst das Schild und ganz übelst linke Maustaste es bleibt mehr. Und hackst, und hackst, und hackst, und hackst, und hackst, und hackst. Das ist ja gut. Ach so. Ach so. Ach so. Oh, Fleisch, sehr schön. Wie jeden fällt Brustpanzer, alter Matze. Geht's heut? Schönes Ding? Ja. Und ne Garze. Und ne Garze. Ich hab ne schöne Knochenbrühe für dich. Möchtest du? Lass es dir schmecken. Das hört sich eklig an. Pass mal auf, guck mal. Guck mal, guck mal. Was denn? Mein Schild. Siehst du das? Was? Du hältst das Schild? Ja. Echt? Kannst du Rasenmäher machen, Mann. Cool. Das hab ich noch nie probiert. Wo ist denn die Truhe da unten? Hinter dir. So, die schießt vor das Schild. Ist das auch schön. Geil. Ja, fetz. Tatsache. Da geht weniger Ausdauer weg, als wenn du normal kämpfst. Und hier... Die... Die kommt ja überhaupt nicht mehr zu irgendwas. Ja. Geil. Nice. Ja. Krass, ja. Mhm. Fetzt, alter. Das ist ja übelst geil. So. Wo sind die nächsten Gegner? Ja, da müssen wir mal anders hin. Die haben wir alle abgeschlachtet. Da kommt noch mehr mit. Oder? Die Sporn. Die Sporn, ja. Oh, jetzt ist die Kiste. Ist da was drin? Ne, da ist nicht drin. Also vorhin war nicht drin. Aber ich mein... Mein Inventar ist voll eigentlich. Ja, dann lass uns mal kurz nach Hause. Warte. Und dann können wir ja mal dorthin, wo Eric gestern hinwollt. Ja, da ist nicht drin. Hä? Jetzt hab ich 133. Der hat sich grad bewegt. Achso, jetzt ist... Warte, ey. Das ist zu schwer. Ist doch wieder zurück. Ja, ich bin... So runtergelaufen wieder? Ja. Haben wir eigentlich unten was in unsere Kisten gepackt vorhin? Nee. Die haben wir einfach unten. Das blöde Krokodil. Das kannst du abziehen, wenn du möchtest. Ich kann schon fast keinen Krokodil-Leder mehr sehen. Aber ich bin doch belastet. Warte. 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 Ja. Ich hab' mal ein S&PD. Das kann man ja wegschmeißen. Ei kann man wegschmeißen. Geformtes Holz hab ich viermal. Na ja, heb's auf, nimm's mit. Ja. Salz mit Beeren hab ich auch. Wenn's dich jetzt super schwer macht, dann schmeiß es weg. Aber ansonsten... Kannst du das gar gebrauchen. Ja. Gut, wir gucken mal, es war dann zurück. So und dann gehen wir noch mal dahinter, wo wir vorhin waren, wo dieser Giftspucker waren. Aber da muss ich mir noch schnell Fleisch kochen. Ja, ich auch. Dann da schnapp ich noch. Boah, diese scheiß kleine Kiste ist übelst voll. Ich nehm noch mal einen Pfeil und Bogen mit. Ich baue gleich ne neue. So, Fleisch hab ich, okay, das sollte reichen. Die Kiste war Holz und Zwirn, ne? Ja. Großlagerholz, ne Kerze, ne Kerze, so ein Plunder, ich weiß nicht mehr, ob ich mein Zeug hin tun soll. Ich muss nachher mal Kisten bauen. Ja, ich brauch, mach jetzt auch gleich, gleich, flammern. Oh, vier Sekunden. So, das Schwert ist mal hier rein. Da muss ich echt noch üben mit dem Ding. Du. Das macht ordentlich Schaden, aber braucht Übungen. Oh mein Handy. Feuer, Wasser, Sturm. Das ist rum, weg. Oh mein Gott. Oh mein Auto. Hold on. Ja reinigtes Wasser hab ich aber auf jeden Fall. Mhm. So, oder seid ihr? Oder nicht saugustes Wasser. Hm. Ja. Aber... Was bedeutet das? Das passt wahrscheinlich zum Arzt, das braucht hier zum Färben. Glaub ich. Nö, ich hab da schon gefärbt. Brauchte ich das nicht. Du feuer es aber nicht. Eiick. Ich geh doch noch mal schnell einen Raum bevor wir losgehen, ne? Jo, mach das. Das blöde Handy, echt. Gut, bis gleich. Das blöde Handy, echt.